Ja, meine Freunde, mit Sicherheit der eine oder andere von euch gerade eben auch die Bremer PK gesehen. Ich habe auf jeden Fall die eine oder andere von euch gesehen gehabt im Chat. Ich gucke ja nicht die ganze Zeit in den Chat, aber ich gucke immer mal wieder rein und sehe euch dann auch da. Freue ich mich total immer drüber. Aber wir müssen auf jeden Fall über zwei, drei Updates hier sprechen, die auch genannt worden sind über Philipp, Manuel, Bomb etc. pp. Eure Meinung ist vor allen Dingen unten gefragt. Ich werde gleich ein bisschen was dazu sagen, gerade auch über unseren Neuzugang Philipp. Und möchte noch mal darauf hinweisen, vorhin sind meine Spieltagstipps online gekommen. Die werde ich unten nochmal verlinken. Das kam heute Morgen, wie gesagt, raus. Checkt das gerne nochmal ab. Hier, das ist jetzt einfach nur ein Update, damit ihr auch den neuesten Stand seid. Es ist so, dass Manuel und Bomb auch jetzt fix ausfallen wird. Das heißt, Manuel und Bomb steht auch am Sonntag nicht zur Verfügung. Ole Werner hat zwar angedeutet, glaube ich, in der Bremer PK, dass man dann doch die eine oder andere Lösungssituation noch hat, wie die rechtsverteidige Position. Aber dass man sich das Privileg auch nicht nehmen lassen möchte, vor Sonntag das Ganze auch zu veröffentlichen oder auch die Ideen irgendwie teilhaben zu lassen. Er hat wirklich gar nicht durchblicken lassen. Aber ich meine, jeder, der unseren Kader so ein bisschen anguckt, wird ja die Möglichkeiten auch selber so ein bisschen mit durchgehen können. Ich hatte auch einfach mal in dem Chat gerade eben da gefragt, was da so die Jungs glauben, wer, wem, wie und wo aufstellen könnte. Und es war auch ähnlich wie bei uns auch beim Stammtisch schon oder auch zuletzt, worüber wir halt öfters mal gesprochen haben. Die meisten Situationen für Weiser-Backup sind dann doch eher in Richtung entweder Bettencourt für die sehr offensive Variante. Grüße gehen da auch raus an Dino, der das ja auch bevorzugt hat. Oder eben auch die Variante mit Pipa als Rechtsaußenverteidiger oder Niklas Stark. Wobei das für mich persönlich auch sehr, sehr defensiv wäre. Also wenn man überlegt, links Jung und rechts dann Stark oder Pipa, wäre für mich dann wirklich sehr, sehr, sehr defensiv. Plus du müsstest die Dreierkette umbauen, also du müsstest weiter rumrotieren. Die Dreierkette hat eigentlich super gut funktioniert. Also ich persönlich bin eigentlich absolut dagegen, in der Dreierkette was zu verändern, weil Friedl, Stark und Pipa super funktionieren. Und gegen Stuttgart brauchen wir eine sichere letzte Reihe. Und von daher würde ich da ungern was lösen. Wer könnte eurer Meinung nach auf der Rechtsaußenverteidiger Position am Start kommen? Schreibt es gerne mal rein. Ich muss dazu auch nochmal sagen, dass ich immer noch bevorzugen würde und hoffe, dass beim Training Buchanan und Jung, mit Sicherheit wurde das ausgetestet, dass einer von den beiden vielleicht mal rechts probiert worden ist und gesagt worden ist, ja gut, für ein Spiel kann das schon mal klappen, dass die dann eben den rechten Fuß auch irgendwie mitnutzen können. Wir müssen es einfach mal hoffen. Tendenziell können die ja Außenverteidiger, die Frage ist einfach nur, ob die das eben von der Spieleröffnung und auch von Verteidigen her mit dem rechten Fuß dann hinbekommen. Das weiß am besten natürlich Ole Werner, das werden wir sehen. Morgen, ganz wichtig auch nochmal, ihr habt ja meinen Spieltagsausblick gesehen. Der kam am Donnerstag raus mit VfB Stuttgart-Gästen, da haben wir auch überwiegend über Stuttgart geredet. Aber morgen am Samstag wird definitiv ein weiteres Video nochmal kommen mit meiner Aufstellung. Also meine Aufstellung gibt es dann morgen auf jeden Fall und auch mit meinem letzten Tipp, meinen letzten Worten vor dem Stuttgart-Spiel sozusagen, bevor es dann damit losgeht. Aber wir haben auch noch ein weiteres Update, denn auch Maximilian Philipp wackelt für Sonntag. Das ist natürlich sehr, sehr bitter oder wäre auch sehr, sehr bitter für uns alle, glaube ich. Denn die meisten freuen sich oder würden sich auch extrem freuen, wenn Philipp am Sonntag dabei wäre. Nachdem Bonn mit Wadenproblemen ausgefallen ist, jetzt Philipp eventuell mit Sprunggelenksproblemen. Aber da können wir zumindest einen Tick noch durchatmen, denn bis morgen wird man da eben warten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Wir haben da noch ein bisschen Hoffnung, dass Philipp vielleicht mitkommen könnte. Ich hoffe es auf jeden Fall wirklich sehr, 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 denn ich würde ihn natürlich auch sehr, sehr gerne gegen Stuttgart direkt sehen. Wird mit Sicherheit nicht in der Startelf stehen, dafür fehlt ihm auch einfach die Wettbewerbspraxis. Aber dann eben reinzukommen, das halte ich dann doch eben für sehr wahrscheinlich. Und deswegen würde es mich halt einfach auch sehr freuen, wenn wir Philipp dann auch am Sonntag im Kader sehen und er dann eben dabei ist. Ja, das waren im Prinzip auch schon so die wichtigsten Bestandteile der Pressekonferenz. Wer hätte sicher mitbekommen haben, die gingen auch nur 15 Minuten, also es war wirklich ruckzuck, zack, 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 zack. Und vor allen Dingen ging es da auch an eine Frage, die ich noch mit reinnehmen wollte, auch und vorher, also, boah, jetzt bin ich gerade selber schon so ein bisschen, weil ich die Frage so ein bisschen schwierig fand. Es wurde nämlich auch gefragt oder angesprochen, wie man die Spannung aufrecht hält, weil man ja so ein bisschen gerade im Niemandsland ist. Und da sage ich aber auch ganz klar, die Tabelle spaltet sich gerade anfangs erst, also es bewegt sich nur in drei Drittel. Es gibt einmal die oberen, das obere Drittel, die ersten sechs Plätze, dann eben das komplette Mittelfeld und den Abstiegskampf. Und wir sind halt eben so Mitte, Mitte gerade. Aber wir wissen ja alle, wie schnell das gehen kann. Um Gottes Willen, hört bloß auf mit so Sätzen oder so Überlegungen, dass wir im Niemandsland werden oder so. Unsere Aufgabe ist noch lange, lange nicht getan. Wir sind auch noch lange nicht im Niemandsland. Es ist nur eine Momentaufnahme gerade, denn ändern wir uns alle nochmal zurück an die Abstiegssaison. Dann kamen zehn Niederlagen und was ist dann? Wisst ihr, was ich meine? Also zwei, drei Spieltage könnten jetzt schon alles wieder verändern. Drei Mal hintereinander verlieren, die Konkurrenz dreimal hintereinander gewinnen und es sieht alles anders aus. Wir sind noch ganz weit weg von irgendwie Niemandsland oder raus zum Abstiegskampf. Ja, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal erwähnen und wünsche euch jetzt eben einen wunderschönen Wochenendstart. Ich hoffe, euch geht es allen fantastisch. Und wir sehen uns heute Abend auf Twitch, wenn ihr da Lust habt, da gucken wir uns Leverkusen an. Ich wähle erstmal raus, euer Nico und ciao.